servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal und heute habe ich mal im quick look etwas ganz anderes für euch und zwar von hasbro und disney den yoda als mighty max nummer 08 der text zeitlich der text plastik und ich würde sagen ich hole ihn euch mal raus und zeige ihn euch dann genau so hier sehen wir dann den yoda außerhalb seiner verpackung geht hier auf eine base könnte man ihn natürlich auch noch abschrauben habe ich gesehen aber das machen wir jetzt mal nicht und wir schauen mal wieder so detailmäßig ausschaut natürlich eine sehr vereinfachte figur der yoda hier natürlich deswegen auch im quick look hat aber sein grünes lichtschwert dabei seine grauen haare seine runzlige stirn und grinst hier so vor sich hin und ich würde sagen wir halten ihn mal an den grinsenden yoda und sie kommen mit einem feature die figuren man kann hier wenn man auf den kopf drückt das gesicht ändern hier schaut er grübelnd ich glaube sie haben drei gesichter die köpfe sind natürlich nicht beweglich irgendwo muss ja auch die mechanik her und hier schaut er böse bzw zornig oder angestrengt wie auch immer aber ist eine ganz nette figur hier grinst er wieder kann man hier natürlich noch aufbauen hier glauben denke ich mal an lockt könnte man noch machen ich lasse ihn jetzt mal drauf hier seht ihr noch mal seine geschichte ja dann würde ich sagen was das aber auch schon wieder mit diesen quick look wie gesagt wie klug figuren die nicht viele bewegungen haben die nicht viel zu zeigen haben ich finde aber das gesicht sehr witzig gemacht er hat hier sein grünes laserschwert dabei und die details passen auch so halbwegs mit seiner probe und natürlich könnt ihr mir wie immer eure meinung zu dem teil unten in die kommentare posten lasst ein like auf das video da auch wenn es immer schnell geht in quick look wer es noch nicht ist darf gern den abo button drücken ich bedanke mich für eure zusehen tschö und auf wiedersehen